2XL meint sich die größte Kurs mit dort, wo du hast. Axie Gladys Rumpel Fällt sich die so, du hast nicht viel Freund? Und du wünschst dich, wenn du mein Freund hast? Und du fühlst sich so, du hast nichts am Daumen? Von da, weil ich von der Einsamkeit rede, wo du die fühlst, wenn die sich so fühlt, du hast meist keine Freund. Und vielleicht wird sich die das streng verkommen. Ob er erst dort sass, wem seine Schuld, wenn du nicht Freund hast? Ich glaube nicht, dass das ist. Als du es in der Bibel hast, wird es gesagt, wenn du Freund hast, dann wird es freundlich sein. Und ich weiß das aber, für so Menschen ist das so viel leichter Freund machen als für andere. Für die wird es so schwer als Freund machen, da fällt sich das nur meist nur noch einmalig zu sagen, die fühlen sich aber vielmals so einsam. Aber wenn du ein Freund hast, dann sieh freundlich. Vielleicht kriegst du mal wie ein Rüte Kaffee und betont sie einen Kaffee. Oder kriegst du das in deinem Haus. Und wenn du das in der Zeit hast, wenn du nur Freund hast, dann wird es nicht mehr Freund kriegen. Dass du nicht so einsam sein im Leben. Das Leben handelt sich andere Menschen. Und wenn wir bloß tüß bleiben und hoffen, dass es erst mal sich kommen wird, dann wird es nicht mehr Freund kriegen. Wenn du Freund hast, dann musst du freundlich sein. Das steht schon mal, du hast einen Freund. Und das heißt, sie sind so einsam. Sie sind so, China gibt es, und du bist ein großer Unterschied. Nachdem du jemanden sagst, du bist eine größere Woche und sagt, er wird mehr als China und er tritt für mehr als er allein bekommt. Und so ist sie einfach einsam. Und vorher ist es, wer sie haben. Nachdem du immer will, da ist sie, dass sie sich ein Freund zu haben. und wenn du so sagst, wenn die jeweils einen guten Freund haben. Und wenn sich dieser Fall versteht, du verstehst das bloß nicht, und du willst nicht, wo du einen Freund machen kannst, du hast so viele Jahre hier keinen Freund gehört, dann lese vielleicht mal einen Büro, oder? Frau, wem? Wem, wo du sitzt, wo du einen tollen Freund hast? Frau, wo ist das? Wo ist das, dass du einen Freund hast, und dass du einen guten Freund hast? So, ich will die Möte sprechen. Du, 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 du bist nicht andere beschuldigt, dass du einen Freund nicht hast. Du hast deine Verantwortung. Du kannst du das Wort mit dir. dass du einen Freund hast. Wenn du das Möte gegeben hast, und du weißt nochmals, dass du das Video hast, schau dir die Namen nur durch Furnummer 204-894-5883. Wenn du dich interessiert bist, klar ist anzuladen, dann bitte dich nicht weg, oder während einer anderen Stadt eine Reihe zu haben, oder wie das selbst hier Furnummer wird.